Was ist für mich die Leute und das familiäre Verhältnis? Für mich ist es ganz klar die Leute und das familiäre Verhältnis. Ich möchte eigentlich in einem Betrieb arbeiten, in dem auch meine Arbeit geschätzt wird. Denn dann mache ich es auch viel lieber. Wir sind da nicht markenabhängig. Es ist ein riesenbreites Spektrum, das wir hier haben, diese Fahrzeuge. Jeden Tag kann mal ein Mercedes kommen, es kann mal ein Volvo kommen. Das ist das, was mich interessiert. Ich möchte ein Mechaniker sein, der sagen kann, ich kann alles flicken. Das ist das, was es für mich interessant macht. Immer so die Abwechslung. Ich habe schon beim Schlupper gemerkt, dass die Teamarbeit gut ist und das Team hat cool zusammenschaft. Man kann es lustig haben. Und deshalb habe ich mich entschieden, um hier die Lehre zu machen. Wenn man im Markenbetrieb ist, dann hast du diese gewissen Marken. Und hier ist es wirklich quer durchs Band. Dann hast du alles mal. Alles auf dreieinhalb der Turnen. Die Arbeit muss natürlich auch schon passen. Aber das Team ist wirklich super. Wir ergänzen uns eigentlich alles super. Der eine kann etwas besser, der eine kann etwas besser. Und zusammen sind wir wirklich ein gutes Team. Man muss wirklich sagen, man hilft einander und das ist schon das Wichtigste. Ja. 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 Ja.